hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge the forest und wir werden gerade angegriffen und frank von einem unsichtbaren sogar ich bin geschlagen von was unsichtbar ich bin recht tot siehst du jetzt was bei mir ich sehe nichts ich bin blutverschmiert volles programm ich komm mal gucken es ist voll krass alter der haupt mich die ganze zeit so jetzt geht es mir gut ich habe einfach mal in die luft geschlagen luftschlag jetzt wieder wo es bin ich jetzt mich am arsch gleich wieder oder ist das weil ich habe ich das leer habe kann das sein ja du musst trinken ja ich war zu saufen ich bin tot bist du ja ja warte ich gebe mir zu wohl reiche mir wasser halter er denkt er wird geschlagen vor allem unsichtbar dabei ist der magenleer und das wasser auch ich brauche was zu essen ich brauche was zu essen jetzt mit die brades ja geh in die base da hängt essen und da ist auch trinken da ist ja nicht so weit jetzt müsst ihr es ja wohl schaffen da ist ein ganzer haufen locks die darunter gefallen sind als wir letztes mal gebaut haben ist da auch wasser? nee du sollst in die base gehen hoch da sind doch die schildkrötenpanzer ja und dann gehen wir nämlich gleich mal los zum strand weil der liebe badeweihärzt sich hat wohl in seinem inventar nicht mehr wirklich viel eigentlich gar nichts möchte ich sagen bin total am ende ich habe keine cola ich habe kein wasser ich habe nichts zu trinken nichts zu essen deswegen müssen wir dafür sorgen dass badeweihärzt sich wieder voll ausgerüstet ist und rüstet mich aus ich habe schon mal ein bisschen weiter gebaut wir brauchen noch 79 locks immerhin so ich verstehe gar nicht warum du nicht hier rum gegangen bist wäre es viel schneller gewesen aber ist egal weil ich die natur genießen möchte ich möchte ja nicht immer den schnellen weg nehmen natürlich möchte ich meine base gehen so ich bin drin ich gehe jetzt erstmal schön über unsere neue brücke so hier gibt es so lecker mampf natur pur möchte ich sagen einfach nur schön so der magen ist gefüllt so guck mal von wo ich komme da bist du ja so kann ich mir erst mal was trinken und dann muss ich noch was essen trinken was war denn nochmal mein linker balken wenn der nochmal rot ist äh gesundheit ich bin krank ich bin schwer krank wenn der komplett rot ist bist du fertig ne der war ja am linken so jetzt bin ich wieder kerngesund so ich bin voll ausgestattet dann geht's los komm warte 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 lauf doch nicht so schnell ich muss wieder sie ist voll am durchlaufen was ist mit der frau los los machst du speed genommen ich muss mal irgendwas trinken und das vor der kamera ich hab einmal über die halbe karte gelaufen hast du schon in Wirklichkeit Durst weil ich komme nicht so dann los jetzt muss ich erstmal gucken wo ist der strand das ist immer die frage der fragen fucker mimi du wasser ist mittlerweile den weg oder ich glaube nicht sammeln unterwegs alles ein was du so findest hier auch an kräuter und so ein scheiß mein lieber bart bruder alles mit kenne ich nichts die kräutermischungen gehören mir würde ich nämlich auch sagen so die kräutermischungen so ich sammle hier fleißig ich bin fleißig dabei brauchen dringendsten schrank einen schrank einen strand einen schrank einen schrank brauchen wir ja ja am ende mit meiner ausdauer ich auch der strand da nö sieht aber schön aus Westerstrand und Meer. Wie viel mehr willst du ja noch? Ja, aber da kommst du ja nicht runter, ne? Wer sagt das? Hast du schon getestet? Nein, will ich auch nicht. Hier sind Seile. Ja, da sind Seile drin, nehme ich mit. Kann man was essen? Das sind Beeren. Beeren? Snacki, die Snack geben die mir. Guck mal, die spenden mir. Die spenden, glaube ich, auch Wasser. Ja, habe ich aufgetrennt. So. So. Moment. Also ich brauche auf jeden Fall mal ganz viele Snacks und Coke. Das ist das A und O jetzt. Coke. Leid, wenn es geht. Alkohol, Leid. Bisschen abnehmen. Ich kann dieses Zuckerhaltige nicht mehr drauf. Ist klar, weiße. Im Wald, wenn du sowieso hier so unterwegs bist, alleine, sollte man das vielleicht... Ach, guck mal, hier ist das Dorf. Da finden sie auf jeden Fall auch schon mal was. Das ist, glaube ich, auch das große Dorf. Das Dorf der U ein. Die ist auf jeden Fall Fleisch und sowas am Hängen. Oder es sind Füße, was ist das? Hier ist ein Lurch. Steine. Kann ich keine Lurchhaut mehr? Tücher, die hier hängen. Boah, cool, Alter. Was ist das? Ich habe meine Lurchhaut mal angezogen. Jetzt habe ich auch noch neben meiner normalen Gesundheit noch einen gelben Balken. Der ist mir jetzt ermöglicht, mehr Faden zu vertragen. Ich möchte ja sagen. Ich auch. Lurchhaut brauchst du dafür, oder was? Ja. Komm, Lurchhaut. Die liegt ganz rechts. Wenn du im Inventar gehst, vielleicht ist das auch schon was. Inventar. Ganz rechts. Ich habe hier einen fußliegenden Seil, Totenköpfe. Davon habe ich vier Stück. Ganz rechts. Da sind so Platinen. Circuside Board heißen die, glaube ich. Also neben den Snacks, ne? Ja. So rechts drunter. Da müsste Lizard Skin oder sowas sein. Ja, ich habe eine Rapid Flur. Kannst du auch anziehen. Da wird dir warm. Dann ist dir nicht so schnell kalt. Da brauche ich aber noch was anderes für, oder? Nein. Kannst du einfach wear. Ja. Jo. Quick. So. Jetzt. Darf ich das aber nur in der Hand? Kannst du das auch anziehen? Ja, du musst das einfach anklicken. Nein sagen. Ich habe da schon wieder was gehört. Irgendjemand, wo bist du hingelaufen? Ach, da. Hier im Ureinwohnerdorf. Schön, dass du dich immer aus dem Staub machst. Drinks für alle. Geh weg. Geh weg. Papa hat Durst. Papa hat Durst. Herrlich. So auf mir nicht alles weg. Also im Winter voll bis oben gehen, aber nein. Ja, so voll habe ich mein im Winter auch nicht mehr. Nö, ist klar. Und es wird dunkel und wir befinden uns im Ureinwohnerdorf. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Seile. Hier ist wieder Boris Becker und Andrew Agassi. Liegen die immer noch da? Hier ist ganz viel von diesem Croneflower-Scheiß für die Ausdauer. Jetzt ist aber Trinken ohne Ende. Jetzt nehme ich alles mit, was ich hier finden kann. Und die scheiß Ureinwohner haben sich alles schön gesaved hier oder was? Trinken die auch gern Coke oder wie? So, und hier kannst du die Koffer aufmachen. Da sind nämlich Snacks drin. Mein lieber Hans-Peter. Dynamite, Dynamite, Dynamite. Boah, Alter, ich sehe nix. So, Licht an. Oh, ich wollte keine brennende Axt. Egal, jetzt habe ich sie. So, was hier alles rausfällt. Ey, Cola ohne Ende. Da war doch gerade ein Lizard schon wieder. Ist sie jetzt an mir vorbeigelatscht oder was? Guck die schon voll? Oh, ich bin voll mit Coke. So. Zocker. Da ist die Frau. Oh, hier hängen sie schon alle, Jasmin. Ich weiß. Wie viel Geld aus der Tasche? Der ist eine. Wie heißt das? Piñata. Eine Piñata. Yay. Ja, tatsächlich. Hui. Hast du noch mehr Geld? Guck mal, der hat auch I Love Traveling. Hat ihm nix gebracht. Ey, er hat sich ausgetravelt. Ach, hier ist noch ne Kiste. Guck mal, sie ist definitiv ausgetravelt. Definitiv. Kann ich das hier anzünden eigentlich? Nein. Gut, wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten mal weiterlaufen, oder? Ich würde sagen, ja. Warte mal. Da ist ein Lohig. Bleib. Stehen. Wo haben wir denn? Bleibst du stehen. Bleibst du stehen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. So. Fackel ist am Start. Los geht's. Ach, du Drecksvieh. Ich wollte den jetzt einfach klauen. Hallo? Finger davon, Fräulein. So, Mina. Du bist der Nächste, der am Boden liegt. Ich kleb dir am Boden. Ich kleb hinten dran. Hier ist überall diese Pflanze. Ja. Ich nehm mich, nehm mich, nehm mich, nehm mich, nehm mich. Am reichen Tisch bedien dich frisch, ist mein Motto. Am reichen Tisch bedien dich frisch. Du bist echt so gestört. Lights on. Ach, da kommen sie doch schon, ne. Warte mal. Hals, Maul. Hals, Maul. Brennt. Burned, baby, burned. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau da lau. Brennt. End. Hast du's alle erledigt? Wie ist er denn hier gestorben? Auch nur noch ein Tor, so. Ja, ich hab alle erledigt. Weiter geht's. Einfach skrupellos. Die legt sich einfach mit drei, vier Leuten auf einmal an. Da kennt die nix. Ist doch. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Das ist ja auch so aggressiv. Bin einfach aggro. Echt? Bin einfach immer aggro. Ist ne warst du schnell getötet, verstehste? So. Weiß nicht, ob man hier runter geht. Oh. Glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht kommen wir jetzt hier gleich zu nem Ort. Ja, guck mal hier. Guck mal hier. Geht's denn hier lang, Alter? Ist das normal? Oh oh. Nein. Boah, ich hab's geschafft. Ich hab irgendwie das Gefühl, du schaffst es nicht, wollte ich grad sagen. Warte mal, ich muss mal eben wieder... Falsch gesagt, verstehste? Alten Kletterer. Das war kein Thema für mich. Ich hab ehrlich gesagt nicht an dich geglaubt. Aber auch wieder kein Vertrauen zu mir. Wieder überhaupt nicht. Ich hab ehrlich gesagt nicht an dich geglaubt, nein. Nicht der alte Forex-Experte, verstehste? Du hast mich überzeugt. So. Hier ist schon mal ein Strand. Gott, dank. Endlich mal so ein bisschen unter den Füßen. Und wir finden hier einfach nix. Das ist ja nichts. Das ist einfach nix. Nein, der Strand ist doch auch mal klasse. Endlich mal ein anderer Boden unter den Füßen. Ehrlich. Alter, der jumpt da schon wieder runter, alter. So. Warte mit mir in Ruhe. Leg dich bitte nicht immer mit mir an. 2, 2, 2, 2, 2. Kein Problem für mich. Gib mir auch nochmal. Alter, ey. 3, 3, 3, 3, 3. Ja, ich weiß, ich würde hier auch nochmal. Wir schlagen uns gegenseitig. Echt? So. Wer? Wer will noch was? Wer will noch was? Ey, guck mal, ich mach die Leute mit dem Sticky fertig, ey. Echt? So. Du brauchst keine Schnitte. Ihr Affen. Das wird hier nicht geschrien. Das wird hier sich nicht angelegen mit uns, verstehst du? Hier ist noch irgendwo eine. Das ist unsere Insel. Ich hör hier noch irgendeine rumschreien. Das bin ich. So hat die geschrien. Oh, Forrest. Wo sind wir denn jetzt hier? Was soll das denn? Er hat er über Stock und Stein hier wieder. Warte mal. Mal kombinieren. Ich muss nochmal. Kombination, Kombination. Ich muss die Kombination nochmal drüben. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ehrlich nicht. Ich möchte nein sagen. So, Fackel an. Oh, jetzt ist die Ausdauer wieder am Sack hier. Ich hoffe, du hast gesammelt ohne Ende. Du musst ja jetzt so wie ich ausgestattet sein mit allen Kräutern und Kräutern, die du brauchst. Ich bin der Kräuter-Man jetzt. Ich bin quasi Miraculi oder... Miracufix oder wie heißt der nochmal? Ich bin Maggi-Tüte in echt. Klaustrofix, Maggi-Fix. So. So, dann durch. Dann gönne ich mir doch einfach mal eins. Dann durch kann schwimmen oder was? Bei mir sitzt der noch hier. Jetzt nicht mehr. Dann nehme ich die kleinen Hasen. Komm, komm. Ach, da ist noch einer. Da sind ganz viele durch hier. Aber bevor ich den getroffen habe, wo ist alles vorbei, verstehe ich? Aber wir bleiben die voll lange sitzen. Ja, bei mir eigentlich auch, aber... Das ist doch einfach scheiße, bis ich den getroffen habe, ist doch alles vorbei. Da ist noch einer. Der kriegt in den... So nicht, Freundchen. Dich kriege ich noch. Dich kriege ich noch. Zack. Und den nächsten... Boah, Alter, jetzt habe ich auf jeden Fall sehr viel Lizard-Skin. Ich auch. Ich habe fast voll. Ich bin gar nichts mehr tragen. Guck mal, siehst du das an mir, dass ich Lizard-Skin anhab? Wo bist du denn? Ja. Huch. Jee, du hast voll die Haut in deinen Körper gebunden. Ja? Sieht aus wie ein Lizard selber. Echt? Ja. So, jetzt habe ich fast voll. Einer fehlt noch. Dann habe ich komplett voll. Was kann ich jetzt damit machen? Ja, wenn ich jetzt den... Wenn du den Lizard-Skin anhabst, einfach anziehen, mit linke Maustaste draufdrücken. Aber wie kann ich den nochmal kombinieren mit was? Ja, mit kombinieren brauchst du den nicht. Du musst einfach linke Maustaste im Inventar drücken, wenn du das ziehst. Und dann ziehst du das einfach an. Ach so, ich habe nur die ganzen Viecher gesammelt. Fresh for a lizard. Ja, aber du musst auch die Haut haben. Die liegt der Suche ganz rechts. Beleid. Ach da. Anziehen. Jo, ich bin damit so. Jetzt kannst du mich auch angucken. Jetzt habe ich auch noch... Jetzt bin ich komplett voll. Also jetzt habe ich die komplett voll, die Dingens. Ich habe jetzt quasi, ich bin jetzt, ja, ich möchte sagen... Ich bin ein Lizard auch. Einfach nur the soldier. Du stehst immer noch da hinten, Alter. Da bin ich schon 8000 Kilometer gelatscht, ey. So, und? Toll, du hast es um Handgelenk. Woo! Du bist echt krass gesichert jetzt. Es kann dir gar nichts mehr passieren. Du hast jetzt Pan zu unten. Ich bin im Pan-Modus, verstehst du? Um dein Handgelenk. An der Handgelenk kann man schon mal nicht mehr sehen. Ist so einfach fantastisch. Echt? Es sieht einfach jetzt immer nur noch so aus, als ob Hände aus dem Busch gucken. So. Oh nein. Keine Arme mehr hätte. Ist hier schon wieder... Hä? Wir sind schon wieder im Wintergebiet. Schon wieder Schnee treiben, mir gleich angesagt. Ist auch so. Hier ist ja auch unsere alte Hütte, oder? Sokabimi, wo haben wir keine Hütte, ist jetzt die Frage. Wieso? Uns gehört einfach die ganze Karte. Die Karte ist unser. Wir sind ausgeschattet. Bis aufs Letzte. Non plus Ultra. Guck mal hier, so ein Koffer. Da möchte ich ja sagen. Ich muss erst mal jetzt mal snacken und trinken, was ich nicht alles machen muss. Drinking, Snacking, Pressing. Wir können ja eigentlich mal hier so eine kleine kurze Base aufbauen. Dann können wir hier mal uns was grillen. Dann brauchen wir die Snacks nicht verschleudern. Die können wir dann nämlich lieber nehmen, wenn wir irgendwo sind, wo wir die brauchen. Nee, kann ich mal Palisatze und muss dich bei allen. Ich brauche jetzt Tricks, was zu essen. Wir brauchen noch Flares. Hier sind nämlich so Koffer, da sind welche drin. Aber ich habe genug. Kann der mache ich einfach. Ich brauche ein Feuer. Feuer mache ich jetzt ein Feuer. Ganz romantisch. Ganz gemütlich, man Feuer machen. Ja, das bringt jetzt auch. Du wirst es jetzt sehen, wie ich jetzt hier das Feuer mache. Einfach schön an so einem Ort auch, wo man sagt, ja, da möchte ich doch ein Feuer machen. Da möchte ich doch auch mal gerne was grillen und essen. Kannst du erst noch zwei Stickys? Jetzt sollst du nicht reinhaken. Ich habe zwei Stickys. Natürlich. So. Dann tue ich mir doch mal so einen frischen Lizard drauflegen. Davon habe ich mich jetzt genug. Da bin ich doch auch dabei. Dann schacheln wir das Feuer noch ein wenig an. Ist das nicht romantisch? Romantik pur einfach. Das wird ein gemütliches Abendessen zu zweit am romantischen Feuer. Ich finde es toll. Schön, Lizard. Einfach nur toll. Möchte ja sagen. Hast du hier geguckt? Ich habe schon alles. Ich bin voll ausgestattet. Mehr Dynamit kann ich einfach nicht tragen. Das ist kein Dynamit. Das sind so Flair-Dinger. Diese roten Leuchten. Essen. Was hat es im Heim gegessen? Was soll der Scheiß? Der war richtig knusprig. Geil. Ey, wie der denn jetzt ist. Das habe ich ja so noch nie gesehen. Ja, ich habe sie auch ganz neu eingebaut. So. Dann muss ich jetzt noch mal glatt was trinken und jetzt gehen wir direkt weiter, oder? Ja, sehr. Ich bin voll. Ich bin voll. Du tust uns aber auch an sämtlichen Bergen hoch und runter und springen. Was ist los? Ja, was rennen Sie mir denn hinterher? Man könnte aber einfach nur geradeaus gehen, oder nicht? Ja, kann man auch. Aber ich bin nicht ins Schneegebiet. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hier ist doch die Höhle, wo wir drin waren. Ich will da noch mal rein. Das machen wir jetzt noch mal. Körperfalle. Ich will da jetzt noch mal rein in die Höhle. Ich bin voll ausgestattet. Jetzt können wir es schaffen in den Krater. Ich will den scheiß Krater jetzt sehen. Ich halte es nicht mehr aus und spiele es nicht mehr. Ich will den Krater sehen, liebe Freunde. Wollt ihr den auch sehen? Ist so ein Krater. Ja, die Leute wollen den Krater sehen. Und wir können es den Leuten jetzt zeigen, weil wir haben den Haken. Aber die Leute, die schreiben doch immer in den Kommentaren rein. Macht so, macht dies, macht das. Die müssen es doch schon wissen, wie der Krater aussieht normalerweise. Die Kinder spielen ja schon immer besser wie wir. Ja, das stimmt. Hier müssen wir wieder so straucheln, dann müssen wir jetzt runter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Habe ich dabei. Das würdest du doch auch glatt behaupten, oder? Da möchte ich auch sagen, ja. So, ich gehe runter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge schaffen wir es auf jeden Fall in den Krater rein. Ich hoffe es. Wir geben alles. Vertraut Jasmin, sie bringt euch den zum Krater. Ist so runtergegangen? Ja. Ja, ihr bringt euch überall hin, aber nicht dahin, wo ihr hinwollt. So, ich bin unten. Sehr gut. So, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen, guten Tag und ich sage bis demnächst. Haut rein. Haut da rein.